Guten Morgen, ich unterbreche mich heute Morgen beim Feinen. Ich habe die Freude, heute wieder einmal eine besondere Band anzusehen. Es ist in Chicago Hotzix und ganz speziell die Saxophonist-Nummer. Ich muss es schnell ablesen, dass ich ganz sicher bin, dass ich keine Mist erzähle. Victoria ist noch einfach. Was ist ja läuft, ist kein Jahr, werdet ihr an die Nachnahme. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Martinet Branche. Viel Verbrüge wieder an! Applaus 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 Musik 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 Applaus 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 Und es ist so good, nothing else can replace, just your slightest embrace. And if you only want, be my own, for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling says you want. And if you only want, be my own. 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 Ja, ba, 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 ba Yeah, oh